Hier ein kurzes Video in eigener Sache. Wenn ihr mich unterstützen wollt, folgt mir doch gerne auf Instagram, auf TikTok, auf Twitch. Links dazu in der Videobeschreibung oder in der Kanal-Info. Würde mich sehr freuen, wenn ihr mich unterstützt und aktiv seid. Denn auf TikTok, Instagram gibt es immer die neuesten Informationen zu meinem Leben. Natürlich auch zu Spielen, die ich spiele, zu Maps von Fortnite und und und. Und auf Twitch natürlich, stream ich diverse Spiele. Diese Infos dazu findet man bei mir auch immer auf TikTok und auf Instagram. Und ja, es wäre schön, wenn ich euch dabei unterstützt und überall gerne mal ein Follow da lasse. Kostet euch natürlich überhaupt nichts. Wenn euch meine YouTube-Videos gefallen, lasst natürlich auch da gerne immer einen Daumen nach oben da. Und zeigt es mir, dass es euch gefallen, dass ihr mehr davon wollt. Schreibt mir auch gerne Kommentare. Ich gehe auf jeden Kommentar ein. Und ich würde sagen, wir starten jetzt mit dem Video. Hallöchen, ich habe durch Zufall eine AFK XP Map gefunden, die ich euch nicht vorenthalten möchte. Hier holen wir uns mal ganz kurz XP ab und hier auch. Denn für die Hilfe gibt es auch XP. Okay, so, wie könnt ihr die AFK XP Map aktivieren? Indem ihr einfach das erste Level der Deathfront Map meistert. Hier in den AFK Room geht. Und hier seht ihr dann eine Zahl ablaufen, jeweils 5 Sekunden. Und bei 0 kriegt ihr immer XP. Das heißt, ihr könnt euch hier AFK hinstellen und XP Farm. Nebenbei eventuell, wenn ihr wollt, Münzen einsammeln. Und ja, ihr seht, ich entspanne hier, kriege XP. Die werden dem Season Pass gut geschrieben. Und die Münzen, tatsächlich kann man schön entspannt hier draußen bei der Deathfront Map Hilfe einlösen. Ihr habt es gesehen, ich habe gerade 1400 EP erhalten. Ja. Coins eingelöst. Ich stelle mich dann wieder schön hier hin. Farme weiter XP. Das ist natürlich AFK. Man kann sich auch teilweise AFK hinstellen. Und natürlich die Münzen mit einsammeln. Und die dann wiederum gegen weitere XP eintauschen. Das wollte ich euch nicht vorenthalten. Deswegen fällt diese Map bei mir unter die Kategorie AFK XP Map. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, liked das Video. Und dann werde ich sehen, dass ich vielleicht noch mehr solcher Maps finde. Und ansonsten wünsche ich euch jetzt noch einen wunderschönen Tag. Apropos, bevor ich es vergesse, Mapcode in der Videobeschreibung für TikTok, weil ich das Video auf TikTok hochlade. Mapcode in, ja, unter dem Video verlinkt. Ja, und jetzt wünsche ich euch noch viel Spaß beim Selberspielen.